Hallo ich bin Thea, eure virtuelle Harzhexe, ich werde euch, an viele schöne und historische Orte im Harz führen, und den Harz, hier unter harztour.de vorstellen. Heute stehe ich vor dem Baumwipfelpfad in Bad Harzburg, die Natur aus einer anderen Perspektive erleben, auf geht es, rauf geht es, Niedersachsens ersten Baumwipfelpfad erleben, die Fotos stammen von Paul Bertrams, der Harz ist um eine Attraktion reicher, hoch hinaus geht es auf dem Baumwipfelpfadharz in Bad Harzburg, Jung und Junggebliebene, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung haben auf dem ersten Baumwipfelpfad des Harzes und Niedersachsens die Möglichkeit barrierefrei die Natur aus einer völlig neuen Perspektive kennenzulernen. Am Fuße des Burgbergs mitten im Kurpack Bad Harzburgs gelegen, startet der rund 1000 Meter lange Pfad und führt den Gast auf über 20 Metern Höhe, durch die alten Baumkronen des Kalten Tals, dabei erfährt der Gast Informatives zur Holzwirtschaft, Natur und Umwelt. Die Höhe des Einstiegsturms beträgt kirka 30 Meter, die Höhe der Aussichtsplattform an der Eingangskrone, ist kirka 26 Meter, es gibt 20 Brücken mit Höhen von 10 bis 35 Meter. Eines der besonderen Baumwipfelpfaden Deutschlands ist er auch aufgrund seiner Geologiestation, die anhand einer Felswand die Geste ins Schichten des Harzes erklärt. Zudem führt der Pfad über einen Teich, gewährt Einblicke in den Nationalpark Harz und gibt letztlich einen Einblick in die spannende Tier- und Pflanzenwelt des nordlichsten Mittelgebirges Deutschlands. Es gibt 33 Erlebnis-Elemente auf den Plattformen, welche aus Lärchenholz für Laufbelege, Podeste, Wege, Handlauf, etc. gefertigt wurden. Auf 18 Plattformen findet der Gast 33 verschiedene Erlebnis-Elemente, Ruhestationen und Wissenswertes vor. Thematische Führungen zu Insekten, der Natur- oder Sonnenauf- und Sonnenuntergangsführungen sind dabei nur ein kleiner Teil des Jahresprogrammes. Der Baumwipfelpfad Bad Harzburg ist ein Projekt der Kur, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg. Betrieben wird er durch die Harzwentscher GmbH, die Erlebnismanufaktur. Der Pfad ist ganzjährig geöffnet. Von April bis Oktober ist er von 9 Uhr 30 bis 18 Uhr erlebbar und von November bis März von 10 Uhr bis 16 Uhr. Im Internet finden Sie weitere Informationen unter www.baumwipfelpfad-harz.de Eure Harzhexe